Was sind verschiedene Chondromalazia-Übungen? Chondromalazie ist eine Erkrankung, die das Knie betrifft und bei Aktivitäten wie Hocken und Laufenschmerzen verursacht. Dies wird häufig durch ein Ungleichgewicht in den Muskeln verursacht, die das Gelenk umgeben, und es sind Übungen erforderlich, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Übungen konzentrieren sich normalerweise auf die Muskeln, die das Knie umgeben, insbesondere den Quadrizebs. Beispiele für Chondromalazia-Übungen umfassen das Heben von geraden Beinen, das Verwenden eines Übungsfahrrads mit hohem Sitz und isometrischen Kniegriffen. Möglicherweise sind auch Übungen zur Stärkung der Hüftmuskulatur erforderlich, um die Stabilität des Knies zu erhöhen. Isometrische Übungen sind nützlich, um die Quadrizebsmuskulatur zu stärken, ohne übermäßige Kraft auf das Kniegelenk auszuheben. Um einen isometrischen Quadrizebshalt durchzuführen, sollte der Patient mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden sitzen. Nacheinander sollten die Quadrizebsmuskeln gestrafft und das Knie nach unten in den Boden gedrückt werden. Dies sollte etwa 10 Sekunden lang gehalten und mindestens dreimal täglich wiederholt werden. Eine weitere der häufigsten Übungen zur Chondromalazie ist das Heben des geraden Beins. Der Patient sollte sich mit gebeugtem Bein auf den Rücken legen. Das gerade Bein sollte langsam und kontrolliert angehoben und dann etwa 3 bis 5 Sekunden gehalten werden. Ein Satz von 10 Wiederholungen an jedem Bein sollte mehrmals täglich wiederholt werden. Es ist wichtig, dass jemand mit Chondromalazie während der gesamten Kniebehandlung allgemein fit und gesund bleibt. Dies kann schwierig sein, da die meisten Übungen das Kniegelenk erfordern. Die Verwendung eines Standfahrrads ist oft schmerzfrei und ist ein gutes Beispiel für Chondromalazie-Übungen, die den Quadrizebs stärken und die Fitness verbessern. Der Sitz sollte höher als üblich sein, um den Druck auf das Knie zu reduzieren. Sobald der Schmerz nachlässt, kann der Patient intensivere Quadrizebsübungen durchführen. Beispielsweise werden häufig geteilte Kniebeugen und volle Kniebeugen verwendet, die am Anfang jedoch zu schmerzhaft sein können. Chondromalazie-Übungen sollten keine Schmerzen verursachen, da dies den Knorpel unter der Kniescheibe stärker schädigen kann. Der Grund, warum Chondromalazie-Übungen für die Quadrizebsmuskulatur bei dieser Erkrankung häufig so effektiv sind, ist, dass stärkere Muskeln, die am Knie anhaften, dazu beitragen, den Druck auf die Patella zu verringern. Wenn die konservative Kräftigungsbehandlung jedoch nicht funktioniert, kann eine Kniearthroskopie erforderlich sein, um den beschädigten Knorpel zu reparieren. Knie-Rehabilitation ist keine nächtliche Lösung, die Übungen müssen etwa vier bis sechs Wochen lang durchgeführt werden, bevor eine spürbare Besserung eintritt.